Der Augenblick, der diese beiden Hände trennt, zerweißt auch das Band zwischen mir und der Schöpfung. Wie es unterm Tag aussieht, am Tag überschaut man bei uns Weibsleuten hinweg. Ich kann nicht mit ihm glücklich werden, aber du sollst es auch nicht werden. Hupsch, nehmen die Körper ein Exempel. Ein Dolch über dir und mir. Dass Lady Milford die Braut von Mark Sohn werden wird, das haben sie wohl nicht gewusst. Meine Luisa hat mich niedergebrochen. Sie wird mich auch wieder aufrichten. Ich will meinen Herz an eurem Untergang sättigen. Ich drücke ab oder bekenne. Er ist der erste Mann, der mir Schrecken macht. Sind Sie glücklich?